Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so unruhig sind. Sie wird sicher unterhaltsamer sein in die Rede als die vom Vorgänger. Der Luftverkehr, meine Damen und Herren, ist im Geschäftsverkehr und beim Transport terminkritischer Güter über lange Distanzen unverzichtbar. Systembedingt, das verstehen manche vielleicht nicht, ist der Energiebedarf höher, da man die Passagiere und Lasten gegen die Gravitation auf Reiseflughöhe bringen muss und dort auch halten muss. Und deshalb ist der Kampf gegen den ach so bösen Luftverkehr ein besonderer Spielplatz grüner Öko-Ideologen. Dabei wird natürlich immer wieder betont, wie wichtig das doch für den angeblichen Klimaschutz sei. Und deshalb möchte die grüne Bessermenschenfraktion nun den Flugverkehr stark regulieren und am besten ganz verbieten. Zumindest für den nicht grünen Normalverdiener. Denn beim Flugreisen zeigt sich, dass es gerade die grünen Bundestagsabgeordneten sind, welche die meisten Auslandsreisen auf ihrem Konto haben. Was machen schon ein paar Flüge, genau, Reisen bildet mit dem Flugzeug, genau. Was machen schon ein paar Flüge, wenn man doch die Welt vor dem Hitzetod retten möchte? Dann fliegt man halt mal nach Venedig, um zu sehen, wie der Meeresspiegel um ein paar Mikrometer steigt. Man gönnt sich einen Flug nach Australien, um sich noch ein letztes, vermeintlich letztes Mal das Great Barrier Riff anzugucken. Oder auch einen schönen Flug nach Grönland, um das Packheiz im Sommer beim Schmelzen zu sehen. Und seine grüne Hatsch nach Grönland kommentierte dabei Hofreiter schon mal fast melancholisch, das Eis ist nicht mehr so ewig. Nun ja, im Sommer ist das vielleicht auch so, aber man kann sich aber auch vielleicht einfach mal bei Grönland die Klimageschichte an der Erde angucken und feststellen, dass Grönland ja Grönland heißt, weil nämlich die eisbedeckte Erde eine historische Ausnahme ist. Und als die Grönländer, die Wikinger Grönland entdeckten, war halt die Küste grün. Und nicht vergessen, dürfen wir auch die Fernreise ihrer grünen Fraktionsvorsitzenden Bayern, Katharina Schulze, zu ihrem Eisessel mit Plastiklöffel nach Kalifornien. Die Grünen sind halt die Partei der Vielflieger. Und das passt auch in die grüne Verkehrspolitik, wo der Handwerker, die Fachverkäuferin oder der Mechaniker mit ihren Steuergeldern den Tesla für den grünen Lifestyle-Linken bezahlen dürfen, um dann selbst mit dem Lastfahrrad fahren zu müssen. Wasser predigen und Wein saufen, das ist die grüne Bigotterie in Reinform. In Ihrem aktuellen Antrag verschweigen Sie natürlich auch, dass aktuell eingesetzte, moderne, konventionelle Flugzeuge wie bei den anderen modernen Verkehrsmitteln einen wesentlich niedrigeren Kerosinverbrauch haben, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Und jetzt kommen wir mal zu den alternativen Antrieben, also mit dem Akkuantrieb. Allein aufgrund der geringen Energiedichte und des dammenverbundenen hohen spezifischen Eigengewichts sind akkubetriebene kommerzielle Großraumflugzeuge auf unabsehbare Zeit eine grüne Fantasterei, ganz unabhängig von den ungelösten Problemen der Stromversorgung und der Brandsicherheit. Und auch synthetische Kraftstoffe lassen sich nicht ohne den großflächigen Ausbau moderner Hochtemperaturreaktoren großtechnisch marktfähig herstellen. Da haben Sie nämlich die hohe Prozesswärme, die Sie sonst nicht haben. Und das geht insbesondere nicht mit zufallsabhängigen Windmühlenstrom. Aber was stören dabei schon physikalische Fakten die grüne Utopie? Und deshalb würde durch diesen Antrag nicht nur das Fliegen richtig teuer, er ist auch zum Schaden der Anwohner in der Nähe von Großwindanlagen. Und Sie wollen tatsächlich alle Schutzmaßnahmen, welche aus Gründen des Emissionsschutzes, des Gesundheitsschutzes, des Naturschutzes getroffen wurden, komplett fallen lassen. Die Abstandsregelung für Windindustrieanlagen soll weg. Die Begrenzung der Sollaflicht soll ausgeweitet werden. Die Begrenzung der Sollaflicht wollen Sie entsprechend kippen. So, faktenbefreite Ökoplanwirtschaft ist das in Rheinkultur. Und wenn wir bei den Fakten sind, nochmal ganz kurz zum Schluss, ist es eben die Anlage angesprochen im Emsland, die online, die jetzt losgegangen ist. Vielleicht mal zu den Fakten. Da wird erstmal aus elektrischem Strom Wasserstoff synthetisiert. Dann wird Verluste von 30 Prozent, 70 Prozent bleiben. Danach wird mit der Zugabe von CO2, niemand weiß, wie Sie großtechnisch überhaupt das CO2 herbekommen wollen, wenn Sie doch alle CO2-Emissionen einstellen wollen. Sie können das unmöglich aus der Luft nehmen, wo CO2 nur ein Spurengas ist. Sie brauchen also eine CO2-Quelle, um damit einen weiteren Wirkungsverlust von 37 Prozent, dann Kerosin zu synthetisieren. Sie haben einen Gesamtverlust damit von 56 Prozent und einen Wirkungsgrad also von 44 Prozent. Sie brauchen für einen Liter Kerosin alleine 20 Kilowattstunden elektrische Energie. Und jetzt gehen Sie mal davon aus, was das alleine kostet, wenn Sie das mit Wind, mit flatterhaften Windstrom machen wollen. Sie sind systembedingt bei zwei Euro. Tatsächlich kostet das weit über fünf Euro aktuell zu 30 Cent, was Sie in Kerosin normalerweise, für normales Kerosin bezahlen. Deshalb stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss trotzdem zu. Das wird vielleicht dann ganz interessant zu erfahren, wie die grüne Wählerklientel in Zukunft zu ihrem Urlaub zu den Manitiven kommen möchte. Dankeschön.